Ah, der Schuss ist weg. Kann ich das mit dem Hammer kaputt machen? Gewalt! Oh Gott, ist das das Bad oder was ist das hier? Nachricht. Ja, nach der Geschichte bist du auch tausendfach zerbrochen. Ein leeres Blatt. Warum denke ich jetzt gerade darüber nach, dass es vielleicht mit Geheimtinte... Dass man das erst sieht, wenn man das übers Feuer hält? Ich bin ein Genie! Light is the key. Okay. Das ist KUK! Ja. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Also als Anzünden. Das ist der Schlüssel. Dann deckt wieder zu. Ich glaube, ich habe die Kasse zu oft gestreichelt. Okay, irgendwas muss ich also im Haus machen. Ich bin eigentlich nicht raus, aber okay. Was ist das hier als Passwort? UV-Filter. Oh nein, ich will keinen UV-Filter. Es sieht aus wie eine Art Lens. Ich frage mich, ob das auf meinem Flaschleiter klappt. Das passt perfekt. Oh nein. Drücke LB Linsen wechseln, wenn das UV-Objekt an ihrer Taschennappe befestigt ist. Kann es verborgene Nachrichten und Elemente aufzeigen. Geil. Okay, das ist eine geile Idee. Save us! Save us? What on earth does that mean? I hope that doesn't have anything to do with what's happened here. Mhm. Okay, das ist aber eine coole Funktion. Speichern. Auf dem Klo sind bestimmt Nachrichten. Flackert das? Ach, das hat eine Aus... Oh boy. Ich habe eine Ausdauerleiste mit dem UV-Licht. Vielleicht beantwortet das einer, wenn man auf ihn fragt. Mal gucken. Seite 4. Ich hasse es hier. Alles vor dem Unfall war super. Oma versucht ihr Bestes, aber ich vermisse Mama und Papa so sehr. Meine Oma hat so viele Regeln. Sie lässt mich noch nicht einmal am See hinter dem Haus schwimmen. Heute habe ich vor der anderen Seite des Sees die Stimme eines Mädchens gehört. Sie hat mich eingeladen, zu ihr zum Spielen zu kommen. Als ich Oma davon erzählte, ist sie wütend geworden. Deshalb ist sie wohl exzentrisch. Deshalb... Ja... Das ist denn die Großmutter hier? Um... Was interpretierst du jetzt, Saki? Mit dem Retten? Aber ich will nicht zurück zu diesem Scheiß-kack-vagon-ddings. Och nö, ich will da nicht zurück, da ist doch scheiße. Ich bin ein Platz zum Ausruhen. Neben dem Skelett. Am besten nicht. War Katze, was sagst du dazu? Wir legen uns jetzt neben Omi. Ach, das geht schon. Oh, du musst so fertig sein. Später. 30 Jahre. Hello? Darkness? Nein, warum habe ich das gesagt? Jetzt ist meine Taschenlampe aus. Oh, ich sehe schon Jumpscare. Give me the Pendant. What? Nein! Nein, die Leiche. Omi, verfolgt mich jetzt. Was wollen die alle mit dem Anhänger? Was ist da mit euch? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich bin nicht draußen. What? Was ist da alles jetzt los? Alter, was? Und sind das Leichen? Also, ich würde nur sagen, irgendwas ist mit diesem Anhänger, das in jeder haben möchte. Und da sie ihn bei sich trägt, ist sie überall in Gefahr von irgendwelchen... Da ist jedes Vieh, Geist... Monster, was auch immer. Oh, shit. Hallo, Adakay. Und gute Nacht, Thor. Schlaf schön. Interessant. Jetzt erfolgt mich die Skelett, Oma. Und ein Brunnen. Nein. Nein. Kein Brunnen. Ich gehe nicht in den Brunnen. Das könnte ich knicken. Nein. Ich gehe nicht in den Brunnen. Oh, nee. Wahrscheinlich musst du gleich runterklettern. Ich gehe nicht in den Brunnen. Ich euer nicht. Ich sehe nicht in den Brunnen. Genieß den Bann, Yami. Genieß ihn. Soll ich da reinleuchten oder was? Nee, geht nicht. Kann ich irgendwas einsammeln? Okay, funktioniert das gerade anders nicht. Das Haus kann ich auch nicht mehr zurück. Jetzt bin ich verwirrt. Äh, sie nimmt es ja nicht. Sie gerade ihre Brüste wobbeln. Wiggle, 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 wiggle. Ich kann auch den Hammer einfach nehmen und runterwerfen. Oder den Anhänger. Ob das so gut war? Ich bin so sorry. Ich bin so sorry, ich konnte es nicht helfen. Ich dachte, es ist halt sehr wichtig, dass wir damit vielleicht die anderen noch retten können. Weil es jeder haben möchte. Schmeiß ich doch sowas nicht weg. Aber gut, sie macht das. Und am Ende brauchen wir den Anhänger und... Oh, das war nur ein Albtraum. Okay. Na ja. Na ja. Die folgt mir auch nicht mehr. Die dümmste Idee ever. Die dümmste Idee ever, jetzt zurück zum Zug gehen, oder was? Guck mal, Katze sagt auch nein. Was macht die Katze eigentlich hier draußen? Allein, im Regen. Auf dem Cover ist ja auch eine Katze abgebildet, ne? Was schon eine größere Bedeutung haben. Vielleicht wird die mich nur auffressen. Kapitel 3, alte Wunden. Oh, wir rushen ja hier durch die Kapitel, nice. Das würde er zweitens sagen. Ja, aber Sen würde ich dann trotzdem verlassen, ne? Rette deine Freunde. Oder sterbe jemalig. Warte mal, kann ich beim Grab was gucken? Hm. Okay. Da will ich freiwillig nicht zurückgehen. Das ist der einzige... Was ist der Problem hast du jetzt? Oh man, ich will gar nicht wieder rein. I never thought anything could make me come back here. But I need to know if I can still help my friends. What? What was that? Ich hab keine Ahnung was das gerade war, aber das war richtig abkack. Sollte ich direkt einziehen, hm? Hm? Still locked. Ah, hat mich gesehen. Scheiße. Warte einfach vor mir. Was für eine Scheiße. Hm. Oh. Zellig. Oh, was finde ich? Oh man. Weißt du beim Geld einfach mal runter. Penetrant ist scheiße, ey. Faden. Ich hab auch den Faden verloren hier. Kann ich sie nicht beobachten? Oh, jetzt bin ich hier. Okay. 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 Irgendwwartten. Okay. Can you wh aide- Okay. Okay. So... Oh. Okay. Justine fucking Woman. Okay. Das wäre sehr merkwürdig, wenn das zu dem Haus führt. Kann ich auch was hängen? Ein Riss, wo habe ich denn Riss im Zug? Alles kaputt! Das kann ich nicht öffnen. Das kann ich nicht öffnen. Das ist sowieso gleich wieder weg, wahrscheinlich. Weil die Kacknase wird wieder hier irgendwo spawnen. Das ist aber alles zu. Das ist schon auf dem Klo hier. Das ist noch nicht öffnen. Das ist noch nicht öffnen. Das ist noch nicht öffnen. Das ist noch hier in dem Abteil. Das ist noch nicht öffnen. Das ist noch nicht öffnen. Das ist noch nicht öffnen. Ich kann nicht speichern. Ich kann nicht speichern. Ja, gut. Ich speichere schon in meinem Leben. Aber was soll ich denn jetzt hier zunähen? Das war jetzt nur ein Scherz. Das war jetzt nur ein Scherz, das mit dem Hammer zu hauen. Seite 10. Ich bin jetzt im Zug. Oma hat mich erwischt, als ich mich in den Zug geschlichen habe und wir haben gestritten. Also verbringe ich die Nacht hier. Das fühlt sich wie ein echtes Abenteuer an. Na dann. Was soll ich denn jetzt hier machen? Das Problem ist mir, ist ja die ganze Zeit dieses Vieh am Nacken. Okay. 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 Okay.